Geht zur Bank. Gehen wir mal zur Bank. So. Oh ne, jetzt geht's aber auf die Fresse, Alter. Na scheiß, ey. Geht mir so auf den Sack, Mann! So. Ja, ist klar. Aber du schiebst bitte auch. Ja, wie schießt du mal? Weißt du, wofür hast du ein Team, wenn das Team scheiß ist? Das ist genau wie bei Online, ne? Die Teammates total für den Arsch. Jetzt weiß ich auch, warum die Waffe nur 20 Schuss hat. Damit du schön viel Munition hast. So. Ah, 20 Schuss sind echt zu wenig, ne? Vorrücken, Vorrücken, Vorrücken. Teammates. Angriff, Angriffsposition. Und natürlich voll sicher, wo wir uns hier befinden. Oder die Deckung. Au. Wo, wo? Okay, ist da und glaub ich. Reloading. Ah, UMPN. War so geil, die Waffe. Gib mir wenigstens mal die da. Er hat wenigstens ein besseres Visier. Oh. Fuck. Gegen Panzer hast du keine Schnitte, ne? Mit so ein paar Waffen. Yo. Geil. Läuft schon. Läuft schon. Okay. Ist das in Ordnung? No. Irgendwo muss es hier rausgehen. Habe ich da jetzt eigentlich unser M4 gesehen? Wieder? Ach so. Auf einmal haben wir eine M4. Ist klar. Was haben wir als Zweitwaffe? Die da. Aha. Ist logisch, ne? T90 Panzer, 20 Meter von hier. Verstanden? Luftunterstützung steht zur Verfügung. Direkt, dass ich hier sitze. Ich glaube, das ist die Bank. Ah, du glaubst. Alter. Ja. Lol. Also, das Spiel ist schon ein bisschen buggy, muss ich ehrlich sagen. Los, 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 lauf. Oh, lol. Das sind jetzt aber... Was zur Hölle? Ich hab gedacht, das ist geklärt. Ich hab gedacht, ich muss da hin. Was ist denn das jetzt? Boah. Da messert der Hurensohn mich einfach. Was ist das hier wieder viel Scheiße? Na, lol. Ja, 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 ja. Äh. Ne, warte mal. Wo bin ich denn hier? Ich bin hier ganz falsch. Leil. Voll in die falsche Richtung. Hahaha. Das ist mal... Wir müssen was tun. Wo ist der hin? Scheiße! Oh. Burn, motherfucker! So, jetzt aber... So. Jetzt. Komm. Jetzt, ey. Kann ja nicht sein. Ja, links, links, blablabla. Ich muss hier geradeaus. Ich muss hier hoch. Links, links, links. Ach, das war Teamschuss. So, jetzt kann ich mich umrollen. Ach, jetzt ist keiner da. Ist klar, Junge. Ich glaube, das ist ein mit dem... Das ist ein Jabelin. Ich glaube, das ist ein Jabelin. Facken das Scheiß Ding ab. Kacke! Los, los, los! Boah. Das ist ein Jabelin. Ich weiß. kann man denn noch ein Panzer damit? Boah, ey. So, Alter, was geht denn hier ab? Ja, Junge, wie lange brauchst du denn? Schieß doch mal. Meine Fresse. So. Wir müssen wahrscheinlich jetzt da hoch, ja? Leute, dieses Spiel... Ich bin so oft noch nie bei der Xbox verreckt, ne? Und das ist unglaublich. Das ist so krass. Außer bei dem Scheiße hier. Ich spiel auf normal. Kleiner Huhn. Ich spiel auf die Eier, ey. So, ich bleib jetzt hier. Ich weiß. Ey, das Spiel, ne? Das will mich echt rollen. So, jetzt mal gucken, ob ich das so kann. Ja, das ist nämlich sehr gut so. Ja, kann er mich nämlich am Arsch lecken. Und du bist weg. Kann man denn da jetzt mit... Schade. Kann man nicht. Ah, da ist noch einer. Ja, genau, Junge. Raste doch aus, ey. Woher weiß der das denn? Ähm, Javelin? Ey, Alter, der ist so krass, ne? Ich soll mich da jetzt hinbewegen, oder was? Klar. Ja. Alles klar. Machen wir das doch. So. Das hat bei der Xbox auch ein bisschen gedauert. Da bin ich auch mal verreckt. Kann es sein, dass ich irgendwie auf dem PC schlechter geworden bin, als auf der Xbox? Obwohl ich ein PC-Freak bin. Lieber gern auf dem PC spiele, als auf der Konsolen-Ego-Shooter. Oder tue ich da irgendwas verwechseln? Du hältst mal dein Maul da oben. Ja. Hier könnt ihr aber toll schießen. Könnt ihr die nicht mal ausschalten, Mann? Junge. Ist doch ganz einfach. Wie viele spawnen denn da? Gibt's doch gar nicht. Ne, ich war in Deckung und trifft mich immer. Ist klar. So. Die sterben doch gar nicht. Junge. Was ist denn jetzt schon wieder? Was war denn jetzt? Boah. Leute. Bin ich zu dumm, dieses Spiel zu spielen oder was ist los, ey? Was, Team-Beschuss. Ich hab nicht auf dem Team geschossen. Nerv mich jetzt nicht. Ey, Junge. Haben wir denn jetzt keine Sniper oder so? Wie, 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 wisst ihr, Leute? Ich frag mich. Wie kann man denn? Wie kann man denn da oben stehen? Es ist doch... Man ist doch so ein leichtes Ziel. Wie kann man denn da oben sein? Ja, 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 ja. Ja, kein Wunder, dass die auch neu spawnen. Ja, folgen. Ich war doch da. Und die schießen als da hoch. Dann dachte ich mir, ich schieße auch mal da hoch. Meine Fresse, gehen die mir auf den Sack, ey. Das Let's Play. Ein richtiges Kack-Let's Play. Sicher. Ja, sicher. Komm. Deine Mutti. Rumpst dich hart in den Arschloch, ey. Oh, komm. Weiter. Boah, ja. Boah, ja. Boah, ja. Ah. Mhm. Ah. Mosc. Ja, auf! Lass dich nicht feiern! Mach mal schnell, du musst ausschließen, Blackbird! Kleiner Penner, ey! Ja, wie läufst du denn, weißt, boah, vorhin war es E, ja, ich drück E, und jetzt ist es Leertaste. Oh ne Scheiße, boah, ich würde die Story gerne einfach so schnell weitermachen, ja, aber geht ja nicht, geht ja nicht, wir müssen ja lieben warten, bis der Depp da ist. Ja, dann komm. Boah, dieses Spiel. Da kommen noch ganz lustige Sachen, ey. Da würde ich auch noch tausendmal verrecken. Wärtsch mit dir. Ich hab das auf der Xbox viel besser gespielt, ohne Schwitz. Ist klar, Junge, ist klar. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich bin dabei. Na, krasser Scheiß, ne? Ja, total sicher. Das Salz, die Waffen. So, du stirbst schon mal. So. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich vielleicht die Standardwaffen nehmen soll. Also, die mir gegeben... Lol. Stühle fliegen lassen. Ja, komm, zeig dein Köpfchen. Zeig dein Köpfchen. Oh, du stirbst. Du stirbst. Wo ist mein Kollege eigentlich? Ach, da ist er doch. Da, ich seh wegen dem ganzen Rauch nix. Ich krieg schon wieder so immer hart aufs Maul. Da oben, mach dich Wuchtel rum. Oh, können wir weitergehen? Ist doch geklärt, oder? Oh, Mann. Junge, mach doch einen Abgang, Mann. Nerv mich nicht. So, du hältst auch dein Maul. Aber Teamkollegen. Die halten auch so viel aus, irgendwie. Ja, danke. So. Ja, geile Flankierung, würde ich mal sagen. Guck mal. Ich wollte gerade sagen, wie viele Leute da stehen. Ja. Weißt du, für diese Waffe kriegst du so viel Munition immer. So. Ich bin mir wah complaining. Goh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.